Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Podcast Party Possible. Mein Name ist Nadine Dorau und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute übrigens mit einer Special-Folge, mit einer Wunschfolge, die daraus resultierte, dass mich jemand gefragt hat, Nadine, wieso bist du jetzt hier Vorstand von den Kammern von The Grow? Das sollte doch nur dein Hobby sein. Ja, The Grow sollte mein Hobby sein, weil die einfach geile Events haben und ich gerne auf geilen Events bin. Das Prinzip von Hobby allerdings habe ich, glaube ich, nicht verstanden, weil sobald ich was richtig toll finde, dann bleibt es bei mir nicht bei Hobby, was man, und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht böswillig, wohl eher halbherzig macht. Ich meine, es hat ja auch einen Sinn, dass mein Hobby Events sind und nicht Joggen ist. Mach ich nicht gerne, weißt du? Und entsprechend ist das für mich die, vielleicht die Essenz aus all meinem Tun, dass ich dann selber auf Events gehen kann und das auch genießen kann. Und das mache ich auch nicht zum Lernen, das mache ich einfach, um in einer schönen Gesellschaft zu sein, in einer guten Gesellschaft, die ein fortführendes Mindset und dieser Begriff ist so verbraucht, zu nennen. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt Menschen, die sehr positiv eingestellt sind, die 15 Mal pleite gegangen sind, immer noch weitermachen auf dem Sagen, jippie, jay, das Leben ist geil. Weil die sechs Kinder, ich habe letztens eine Frau kennengelernt, sehr beeindruckend, die hat sechs Kinder gehabt, hat sie immer noch, Entschuldigung. Und als das sechste Kind, ich glaube, gar ein halbes Jahr alt war, ist ihr Mann verstorben. So, und du siehst ihr nicht an, die Trauer, die Erschöpfung, was sicherlich und natürlich auch einhergehend damit gewesen ist. Sondern jetzt, ich glaube, 20 Jahre circa später, steht sie mitten im Leben, packt an und sagt, ja, aber es muss doch irgendwie weitergehen, weißt du. Und mit solchen Menschen sich zu umgeben, ist inspirierend und holt dich selber auch natürlich aus, ich will gar nicht, ich habe ja noch nie eine Depression gehabt, ich weiß gar nicht, wie das ist, ja, aber aus depressiven Verstimmungen heraus, die wir ja alle haben. Oder wenn du Geschäftsabschlüsse hast, die nicht so gut laufen oder was auch immer. Du hast ja Möglichkeiten zu versinken und du hast die Möglichkeit, im Großen wie im Kleinen das als Anlass zu nehmen und dich daran noch hochzuziehen. Und ich glaube, das habe ich mal auf Facebook oder auf Insta gelesen, die Steine, die mir in den Weg gelegt werden, daraus baue ich eine Treppe. Und wenn du solche Menschen um dich hast, ist das halt ein schönes Gefühl. Und dann bin ich halt wieder mehr drin als nur für ein Hobby. Und dann möchte ich natürlich auch gerade diese Energie, die ich bekomme, auch weitergeben. Und diese Energie, die ich bekomme, diese Energie, die ich aufnehmen darf, diese Vorbilder, die leibhaftig vor dir stehen und nicht eine aufgespritschte, getunte Milliardärsgattin sind, die eben nicht so im Leben stehen. Und das ist auch nicht böse. Es ist halt nur nicht mein Leben. Da muss ich mir andere Vorbilder suchen. Ist das halt eine Herangehensweise, die mir sehr liegt. Und ich möchte das weitergeben. Und darum bin ich Kammervorstand von der Kammer, die mir nun mal am meisten liegt, geworden, um hier ebenfalls Wissen weiterzugeben. Denn auch ich habe Zeiten, wo ich das Wissen, die Kraft und die Stärke solcher Gemeinschaften mir gar nicht erlauben konnte. Das ist natürlich einerseits eine finanzielle Frage, aber es ist auch eine Zeitfrage und es ist auch die Frage, wie viel gerade noch dranhängt. Was muss erstmal abgearbeitet werden? Wie sehr bist du gerade im Hamsterrad drinnen, um Geld anzuschaffen? Denn es ist ja so. Natürlich braucht dein Kind Liebe und natürlich braucht dein Kind Zeit mit dir. Dein Kind lebt aber nicht von Luft und Liebe allein. Und alleinerziehend musst du nun mal, auch wenn ein kleiner Unterhalt kommt, musst du nun mal auch gucken, dass dein Kind satt wird. Und entsprechend ist dieses schnelle Weitergeben an Informationen, wo ich jetzt über Jahre mir viel, viel, viel Wissen angeeignet habe, weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, weil ich vieles gelernt habe und ganz viele Sonderrunden auch drehen musste mit meinen 43 Jahren jetzt mittlerweile, was dann nicht nur gekauftes Wissen in Form von ich mache eine Mastermind mit oder ich mache jetzt mal ein Mentoring mit oder ich lerne jetzt mal, wie man ein Buch schreibt und bezahle dafür, sondern das ist auch bezahltes Wissen in Form von Rückschlägen. Denn Rückschläge sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Wie man damit umgehen kann, wie man dann wieder die Kurve bekommt, das anders zu machen, das liegt nicht nur an einem Mindset in Form von einem Chaka, du schaffst es, Coach, sondern in Form von, wie arbeite ich mich da raus, wenn ich nicht nur 0 Euro auf meinem Konto habe, sondern minus 3 Millionen. Wie schaffe ich es, hier den Weg zurückzufinden? Und ich sage dir, das ist nicht das Mindset, du schaffst alles in deinem Leben, du musst das manifestieren. Das ist das Mindset von, ich gehe jetzt ja da durch. Ich gehe da durch, ich lerne jetzt daran und den Fehler mache ich schon mal nicht mehr. Und das müssen manche wissen, weißt du? Und da bin ich sehr, sehr traurig, dass es immer noch vermittelt wird, ja, dein Mindset stimmt halt nicht. Nein, totaler Quatsch, du weißt nur nicht, wie du es gerade anpacken sollst. Ich habe das gelernt, weil ich ganz, ganz, ganz viel Lehrgeld bezahlt habe. Ich habe das gelernt, weil ich ganz, ganz, ganz viel Geld für Coaches bezahlt habe. Ich habe das gelernt, weil ich diese Runden, die du vor dir hast, schon alle gedreht habe. Und darum, und das ist die Intention, warum Hobby nicht Hobby bleiben kann bei mir, sondern hier wieder noch ein praktisch ganzes Berufsfeld, nämlich das Weitergeben an andere, mein Wissen zu teilen, dazukommt. Und hierfür steht The Grow, Die Kammer. Und alle meine Berufskollegen der weiteren Kammern, die jeweiligen Vorstände, die haben es ja auch in ihrem Berufsfeld mitgemacht. Da ist eine so große Bandbreite an Wissen gebündelt, dass jeder nur profitieren kann. Und ich sage dir, wenn es das damals gegeben hätte, hätte ich mir sehr, sehr viel Leitschmerz, Trauer, Tränen und Geld erspart. Denn viele, ich weiß nicht, hunderttausende Runden, die geballt in diesem Netzwerk der Wissenden zusammenkommt, ist erarbeitet worden und kann jetzt weitergegeben werden an Generationen, an, es müssen ja noch nicht mal verschiedene Generationen vom Alter her sein, sondern verschiedene Generationen, die jeweils gerade an einem anderen Wendepunkt sind in ihrem beruflichen Leben, seien sie 40, 60 oder eben 20 oder 70 und möchten jetzt gerade noch mal durchstarten, wie auch immer. Das sind Sachen, die wir alle schon mal gemacht haben oder jemanden kennen, der das gemacht hat und dann auch nicht nur auf unser eigenes Wissen und den Übersprung schaffen auf das Wissen der anderen Kammervorstände partizipieren können, sondern auch von dem großen Ganzen, von The Grow als Club, was ja immer noch als Mutterschiff über den Kammern steht. Denn auch hier ist so viel Wissen in Form von Videos vorhanden, in Form von wie mache ich möglich, in Form von Blättern, von Lehren, von Aussagen vorhanden, wo ja auch der Zugang ermöglicht wird, wo auch dieses Wissen berufsfremd, aber trotzdem gültig für jeden Beruf angelegt ist. Und darum kann ich kein Hobby. Ich kann mich nicht so sehr wenig einbringen, dass es da nicht bedeutend wird. Manchmal wünschte ich, es wäre Joggen. Dann hätte ich jetzt nicht 68, sondern 48 Kilo. Und das ist ja bei 1,60 wäre das ja immer noch eher tragbar. Ich war ja gestern, oh das war toll, ich war gestern auf dem Konzert von Pink in Köln. Nicht nur beruflich. Da habe ich ein ganzes Kilo abgenommen von dem ganzen Springen und Hüpfen. Das war schön. Also, ich denke, ich habe ganz gut erklären können, warum diese Intention des Weitergebens eben nicht nur halbherzig betrieben werden kann. und das Ausarten oder warum ich keine Hobbys auch habe, das werde ich auch oft gefragt. Du hast gar kein Hobby. Ja, ich habe kein Hobby, weil es bei mir sofort beruflich wird. Ich höre direkt einfach auf damit. Wenn ich ein Buch schreiben möchte oder wenn ich irgendwie Lektüre schreiben möchte, dann wird das halt auch nicht einfach nur eine Lektüre. Dann muss es auch verlegt sein. Dann muss es auch ein Buch werden. Es muss ein Ergebnis rauskommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an meinem Sternzeichen Steinburg liegt, immer ein Stückchen weiter. Oder ob das daran liegt, dass ich finde, dass Wissen weitergegeben werden muss, damit möglichst viele Menschen daran partizipieren können. Ich denke, es ist beides und von allem ein bisschen und sicherlich auch der Gedanke, das wäre doch schlimm, wenn dieses Wissen mit meinem Tod weggehen würde. Ja, also, habt einen wunderschönen Tag. Ich sende die allerbesten Grüße. Ich habe noch ein paar schöne Themen. Eins habe ich schon vergessen. Da muss ich meine liebe Maria fragen, wo ich noch gesagt habe, darüber muss ich einen Podcast machen. Und dann gibt es nächste Woche die neue Folge. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Ciao. 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 Ja, 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 ja.